Willkommen bei einem weiteren Video hier bei B-Part Gaming und heute mal kein FIFA 15 Let's Play Ultimate Team. Ist ja auch so ein kleiner Running Gag, dass es in letzter Zeit ein bisschen häufig kam. Heute ein Spezialvideo. Wir spielen mal ein schönes, nettes Tour und Tour in der schönen gemeinsamen Runde. Der Malte ist am Start. Jo, moin dann. Der Mürser, den kennt ihr wahrscheinlich vielleicht auch schon. Der ist ja auch häufig schon bei uns dabei gewesen. Das ist der aktuelle, amtierende deutsche Meister der virtuellen Bundesliga. Tag, Leute. Yes. Und dann der zukünftige, der Georg. Wahrscheinlich. Genau. Und ja, wir spielen den Tour und Tour, aber wir spielen kein normales Tour und Tour, sondern wir werden handicapmäßig unterwegs sein. Denn wir teilen uns den Controller. Das haben wir schon mal gemacht. Das ist echt schon lange her. Wir spielen ja schon wahrscheinlich ein Jahr, eineinhalb Jahre mit dem Sandmann, oder? Richtig. Mit Joshua haben wir das zusammen gemacht. Grüße an Joshua, falls er es gucken wird. Eher unwahrscheinlich. Egal. Was wir machen ist quasi, wir spielen zu zweit in einem Controller jeweils. Und kann ich mal ganz kurz den Controller so beispielhaft halten? Ne, du sollst schon mithalten. So, einer spielt die linke Seite, einer spielt die rechte Seite. Sweet, oder? Genau. Das heißt, der links hat erstmal gar nicht so viel zu tun. Der muss nämlich nur steuern, also bewegen und so. Und der rechts macht so die einzelnen wesentlichen Eingaben, wie Tackle, Passen und so. Und das werden wir dann zur Halbzeit nochmal tauschen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir legen mal los, oder? Richtig. Wir haben uns dafür entschieden, mit Liverpool gegen Arsenal zu spielen. Georg und ich spielen mit Liverpool, ihr spielt mit Arsenal. Ja, kurze Info. Gestern Abend haben wir schon Tour-Tour gespielt und haben sie richtig auf die Fresse bekommen mit Arsenal. Also wir sind heiß mit den Jungs. Ja, aber da haben wir auch mit Everton gespielt. Ja, da haben wir einfach immer so gemacht, dreimal Viereck drücken und dann irgendwie eine 4,5-Stelle schieben. So, ich muss jetzt mal irgendwie eine Post... Aber gut, gucken wir mal hier, wie wir das so hinkriegen, mit einem Halbkontroller. Ja, let's go. Sehr nur wie gestern. Ich hab... Was hab ich denn überhaupt für eine Funktion? Ich hab... Was ist nochmal L1? Also, wer ist... L1 ist halt so ein Spielerspiel zu da, aber das kann ich... Gut, die Verteidigungshaltung ist L2, ne? Aber wir haben einen Loopfach, okay? Ja, okay, genau. Gut, genau. Ja, hab ich ja einen Großteil der Verteidigung. Ja, ja, fast. Mach mal. Willst du die Spieler wechseln? Mit L1 nur die ganze Zeit. Oh, Junge, der wäre mir... Nee, wir machen wir weg. Ich sag dir... Nee, mach's den Wegstrick, so wie du es denkst. Boah, das wird echt... Ich sag dir aber, wenn du L1... Habt ihr jetzt grad geübt, oder was? Ja, natürlich. So, mach mal Definition. Ach so, ich wechsle nur, oder wechselst du mit L1? Äh, ich wechsle mit L1. Ich bin jetzt am Ball gleich, ne? Oh Gott, ey. Ich bin eh so scheiße im Umweg bei so... So. Ja. Du musst sagen, wo ich hinspielen muss, ne? Ja. Gib's mir am besten Kommandos. Jetzt schnapp den. Schnapp den Ball. Na! Oh Gott! Ja! 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 Wuhuuu! Übelst du ja schnell! Wechsel fast, ne? Ich pass nur. Ja, ja, klar. Wir müssen neu starten, leider. Oh, hier fahr ich in welche Ecke? Wuhuuu! Das war echt als geil. Das war ich sogar, ne? Der so gezielt hat. Ja, du hast so gezielt. Ich kann ja nur unterstützen. Wohin denn sonst? Die schieß ich immer dann kurz. Ja. Oh Mann, Mann, Mann. Jetzt ist dein Ditzstart hier. Zurück laufen, Alter. Ja. Oh, Dragbag, was geht? Was bringt das? Jetzt. Ah! What the fuck soll ich gar nicht machen, Alter? Jetzt, hol den Ball. Schieß! Nee! Nee! Oh! Shit! Alter, wie will den zerstören! Malte. Und wen hast du da gesehen? Aufpassen, der schießt! Oh! Steh zu ruhig! Sag am besten mal die Glaubenssordnung. Ich wollte ihn so dippeln. Ach so, okay. Aber der hat gute Schlenzerwerte wahrscheinlich. Kann ich mir vorstellen, ja. So ein typischer Zitone. Ja, genau. Alter! Ja, auch zu wechseln war. Richtig aus. Schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir. Herr Schießrüster! Freischüsse zu zweit wird natürlich richtig interessant. Komm mal auf die Linie. Dipping einfach rein, oder? Und guck erstmal mit wem wir schießen können. Aber Gerard natürlich richtig gute Werte kann ich mir vorstellen. Wobei, der ist auch schon ein bisschen alt geworden. Boah, der ist auch ne Metermann. Alter Gerard Digga, der hat immer noch gute Werte. Ey, wieso geht denn der weg? Ey! Geht das aus der Distanz? Ja, geht mal rüber. Dipping rein. Okay. Ich sag dir, wenn du schießt. Drei, zwei, eins. Das wird ein Passt, das rieche ich schon. Ne. Boah! Schade. Ja, ja, ja. Gerard, ne? Nicht mal gezuckt. Mechsel? Ja, sehr schön. Jawoll. Jawoll. Da stimmt die Abstimmung. Also gestern hat er mit Arsens ein bisschen besser gespielt. Wenn wir jetzt kurz zu anmerken. Ja, unser... War zwar auch nur L1 bis 3, aber... Ballotelli. Oh! Boah! Junge, 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 Junge. Sollten wir mal mit der Offensive, oder? Soll, da kann auch mal reingehen mit dem Ballot. Ach, Mann! Wird's auf Gerard? Ne, ne. Ach, Mann! Ja, so stark, stark. Ja, das müsste eigentlich auch so gehen. Aber der hat ihn irgendwie scheiße getroffen. Ja, stark. Könnt ihr euch mit meinem Spiel so heftig tun? Ja, jetzt, jetzt! Malte, mach ihn, Malte, mach ihn! Ja! Oh, Junge! Stark! Der war echt nicht schlecht gespielt. Ja. Das war wirklich not bad. Das kann ich nicht sagen. Ich hab gedacht, du längst die andere Ecke. Ne, 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 ne. Malte! Malte! Was machst du? Malte! Malte! Weg, weg! Raus, weg! Da haben sie nicht dran gedacht. Das passt, das passt. Ja, genau. Noch nicht. Nein! Jetzt wär's passiert. Ja, natürlich. Wie eine Chance wär's gewesen. Ja, ja. So, wechseln oder was? Hier mal Statistik bitte eintrücken. Alter. 81% Fassgenauigkeit. Das richtig gut auch. Das haben wir. Oh. So. Wohin? Da rennt er nicht. Oh. Jetzt find der Schuss. Ja, ich seh schon. Ich mach ihn, ich mach ihn. Ach so, ich mach ihn. Du wechselst? Wolltest du jetzt umgreifen gerade oder was? Rechte Hand zurückgelegt zur Kontrolle. Oh Gott. Stark. Du musst sprinten, ne? Machst du? Ja, ich sprinte. Ich mach die Zeit-Steps hier. Läuft. Oh oh. Komm mal in der Schuss ausschübt. Zack. Oh, Alter! Da musst du hin! Nein! Da bin ich doch. Passt. Gewechsel. Schütt mal vorne rein. Ne, ne. Machst du. Ja, war aufs Versehen. Das ist sehr gut. Du wolltest einen kurzen Pass wahrscheinlich spielen, ne? Wahrscheinlich. Ich wollte gerade einbekommen, warum du einen Rückraum spielst, aber ich hab ja geleckt. Komm. Genau. Ja. Ja, ja, ja. Jetzt. Jetzt doch. Nichts! Jawoll! Easy. So einfach rausgespielt. Schlecht verteilt. Ja. Wuhu! Hahaha. Da war ich jetzt schon echt eingespannt. Geil, das ist ne gute Position und ach scheiße ich muss schießen. Ja. Das ist echt so ungewohnt. Man hat ja alles getan jetzt. Aber schön mitgenommen so an den Spielern rum. Doch, jetzt krieg ich jetzt Kramsinn. Einmal. 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 Ja, nervös. Im Daran liegt's Jungs. Nicht, dass es gerade einfach nur eine Misskommunikation war. Jetzt aber eher drehen. Ja, nein das gibt's doch nicht. Junge, Mann. Flanken Kopfball Tor. Es geht. So einfach. Richtig easy. Warum haben wir den nicht ausgeliebt bekommen? Sehr schön, Mann. Wichtig, oder? Ja, sehr wichtig. Egal. Lächerlich. Ja, aber es hat sich ja auch wirklich schon angedeutet mit dem Zusammenhang. Ein typisches Fieschwart-Tor. Kupfer 12, 13, 14. Und in 5 Jahren haben wir ihn umgeordert mit dem Ellenbogen. So, auf geht's. Das ist so unnötig gewesen, schade. Ich geh durch jetzt. Pfeift, ja. Das wär's gewesen. Machen wir wieder Goal und Goal? Okay. Goal und Goal. Ja. Gut. Gut. Wie immer. Ihr bleibt auch so? Ach so. Äh. Ja. Ja. Dann aber über der zweiten Hälfte der Verlängerung wechseln. Du wechselst das? Ja, ich krieg halt keinen. Ja. Ah. Boah. Ach so. Ja. Nicht. Nein. Und nochmal. Woii. Komm, weiter, weiter, weiter. Hast du. Woii. Der ist doch. Woii. Woii. Das gibt es doch nicht, ey. Die Dreifach-Chance von Chesty unterbunden. Was? Jawoll. Scheiße, der kommt sogar noch. Nein. Ja. Um. Nee, warte. Nein, du kannst nicht passen und dabei oben sagen. Das ist cool. Kann ich sogar nicht drücken, Mann. Dann musst du zumindest mal eine halbe Sekunde warten, dass ich's machen kann. Ja. Scheiße. Ich stehe aber gut hinten. Wir antizipieren. Boah. Wir müssen wechseln, oder? Ja. Ach ja, wir müssen jetzt. Oh Gott. Jawoll. Wie? Wie? Wie ist das möglich? Warte mal. Malte. Malte. Komm. Oh Gott. Oh Scheiße, ey. Ich fand's umgekehrt irgendwie angenehmer zu spielen. Ja, fand's auch. So jetzt. Ja, so haben wir euch basiert in der Kompassion. So, jetzt wird's ja still. Du musst einfach sagen, was ich mach. So, ich muss kurz wieder umdenken. Okay. Ey, wir schießen auch zu zweit? Ja, natürlich. Oh, Alter. Schade. Scheiße, Mann. Ey, wir schießen auch zu zweit. Das ist natürlich auch... Ey, das ist richtig übel. Du kannst das normale Timing gar nicht so umsetzen, ne? Fuck. Das sind wir jetzt? Rechts, rechts, rechts. Da hin, da hin, da hin. Komm rein. Oh fuck. Oh shit. Alter, das wird richtig krass, ey. Wollen wir das nochmal wechseln? Wollen wir das nochmal wechseln? Ich springe, ne? Ich springe. Du schießt nicht. Du springst. Nee. Oh, easy. Ich muss ja springen. Ah, ja, ja. Den halten wir sowieso. Den halten wir. Ja? Das war aber. Wir müssen wissen, der Fernseher hat Input lecken, ne? Wir müssen immer so... Stimmt, da nehm ich ja. Ja, ja. Das hat man zwar jetzt schon drin, aber gestern war es ein Kramp. So. Wieder unsere Spiele. Na! Ich hab links gedrückt. Was hast du gedrückt? Ich mach gar nichts, oder? Du machst gar nichts. Aber ich werf mich hier, wie hast du das machen? Nein! Mann, ey. Ganz locker und leicht. Na, Benni und Elfer schießen, das können wir alle. Na komm. Den halte ich jetzt. Wer schießt? Wer schießt? Wer schießt? Wer schießt? Wer schießt? Gute Frage, ja. Den Hammer! Nein! Auf geht's, Mann! Boah, jetzt muss ich ihn halten, ne? So. Mach mal. Ja. Und dann das Ding? Yes! Die schießen einfach immer unplatziert irgendwo mittig. Das ist so lächerlich zu halten. Ja, aber wir haben noch eine Chance. Wir haben noch eine Chance. Malte, ich werbe mich, okay? Ja. Jetzt. Boah, stark! Boah! Stark! Good game auf jeden Fall. Good game. Ja. Ach, blöd, ey. Schade. Ja. Gut. Ja, die Jungs. Schade eigentlich, ne? Gut. Ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es uns wissen. Und dann vielleicht bis zum nächsten Game, was wir gleich aufzeichnen, ne? Ja. Vielleicht ein kleiner Modus. Mal schauen, wir überlegen uns was. Jo. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Auf und Schlechtpunkten. Wir gehen los. Jaaaa! Ist klar! Ohohohoho!